Ja komm mit Kätzchen, los komm, hm? Ja geil, zwei. Trau dich ruhig, komm her. Hey. Hab keine Angst, hm? Wovor hast du denn ab? Na komm her. Hm? Tu doch gar nichts, hm? Da komm her. Hm? Da komm, trau dich. Da komm. Komm her. Komm her. Ja. 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 Ja geil, wir haben es hier, super. Perfekt, perfekt. So, ähm, aufstehen. Und jetzt kommst du mal her. Machst du und du. Ja, oh ja, rollt euch, rollt euch. Klar, auch ein kleines süßes Katzin. Und aufstehen. Sehr schön. So, alle dabei. So. Ja, jetzt machen wir hier. Bogen weg. Und Kompass herbei. Jetzt gehen wir ab nach Hause. Du stehst. Du stehst auch. So, hier müssen wir lang in die Richtung. Gut. Lang komplett, ihr beiden. Ich hoffe, euch passiert auch nichts. Wir gehen nach Hause mit drei Kätzchen. Ist das geil. Hätte ich gedacht, dass das so gut laufen wird. Oh, schön. Ja, kommt. Ihr beiden. Die drei meine ich, ne? Wo ist die Kleine? Da ist die Kleine. Schön. Alle dabei, ja. Sehr schön. Ja, kommt der hier. Hm? Ja, kommt ruhig hierher. So, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass wir das heile nach Hause schaffen, ne? Ja. Was? Ja, ich meine, der Kripa brauche ich mir keine Gedanken drum machen. Aber, ähm, die anderen Viecher, ne? Hier, sowas wie Zombie, Skelette, Lenderman, Spinnen. Hoffe ich hab's richtig. Ja. Sehr schön. Guck mal, wo sind denn hier? Da ist einer. Zwei. Und der Kleine? Ach, der ist wohl auch irgendwo, ne? Klar. So, äh, aufpassen nur. Ja, ja. Hier ist nach Hause. Ach so, Schaf. Hier geht's nach Hause, ne? Schön wird das. Schön wird das. Ja. Ja, so, ähm, diese Richtung, gut. So, ich kann es ja gar nicht mehr wechseln, oder? Denke ich mir. Ja, kommt, übers Wasser kommt ihr auch, ne? Schafft ihr, ne? Da seid ihr gleich sauber. Schön. Ja, da war die Reise ein voller Erfolg, ne? Wir haben drei Kätzchen. Geil. Super. Jetzt können wir auch eine Horde von Katzen züchten. So. So, nur der Kandida mit jedem passt schon. So. Ja, ne? Schön wird das. Schön. Hopp. So, was seid denn jetzt alle? Alle da? Du bist da, du bist auch da. Wo ist die Kleine? Hm? Ja, da fehlt einer. Ja, wo denn? Äh. Wo ist die Kleine? Oh, meine verloren? Natürlich blöd, ne? In die Richtung müssen wir, ne? Nee. Ja, komm. Wo kommt ihr noch nach vielleicht? Hm? Ach, das ist ein bisschen schade. Ja, komm. Hä? Ich bin jetzt nichts passiert, oder? Ein bisschen sorgen euch jetzt schon um die Kleine? Warte mal kurz. Wo ist die denn? Hm? Ja. Kommt. Ja. Kommt doch nicht, ne? Ich glaube, sie bleiben mal lang, ne? Ja, wo bin ich denn lang gelaufen? Gott, nochmal. Ich hoffe, die schaffen das hier durch. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ja, nee, nee, okay. Du bist da. Einer hat mich schon mal gesehen. Ja, wir sind ja gleich da, ne? Und raus. Hier kommt. Hopp. Wo ist der zweite? Alle beide sind da? Och, blöd. Die Kleine ist weg, ne? Ah, ja. Oh, ich muss mal aufpassen ein bisschen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. War ich da schon mal gewesen? Ach, da habe ich mich... Ja, ja doch. Wie ich mir gedacht habe, wie ich mir gedacht habe, dass es da wohl der Stallbruch war. Ja, da hat er, ne? Ja, sehr schön. So, kommt mit, Kätzchen. Na gut, einer ist verschollen gegangen. Äh, verschollen irgendwo. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, die kommt doch noch nach, aber... War vielleicht doch zu klein fürs Wasser, ne? Naja. Da kann man nichts machen. Uh, ich laufe irgendwo falsch. Naja, ich merke das schon. Der Papa läuft schon hier ja irgendwie merkwürdig. Äh, nicht so wie er soll. Aber gleich sind wir da. Gleich müssen wir da sein. Ja. So wie das Katze-Jahr. So, das müsste jetzt irgendwann auch mal kommen, oder? Da hinten, ne? Hm? Ja, kommt mit. Wo seid ihr denn? Da, eine, zwei. Ja, schön. Äh, gehen wir mal so rum hier. Ja. Na, Schafi, guck mal hier. Ich habe was mitgebracht. Schön. Ja, da freust du dich auf, ne? Ja, wir haben Katzen. Wir haben Katzen. Ist das schön. Ist das schön. Ach, sind wir schon zu Hause. Wer sagt es denn? So. Na. Ja, da passt auch die Musik zu. Das ist schön. Ja, wir haben Katzen. La, la, la. Ja. Wir sind zu Hause. Kommt her, ihr beiden. Yeah. So, Kleine kommt. Ne, die ist weg. Naja. Da kann man halt nichts machen. Komm. Sollte. Komm rein. Ständer. Oh, komm. Los. Komm. Lass mal runter hier. Komm rein. Los. Die andere auch. Ja, komm her. So. Wo ist die andere? Wo ist jetzt die Kleine? Was seid ihr denn jetzt alle hier? Kommt mal her. So, ihr beiden. Kommt mal mit. Erst machen wir die Tür zu, ne? Sicher ist sicher. Ja, ihr kommt mit. So, ja, ihr kommt mit nach oben. Los. Hopp, hopp. Hier kommt ihr erstmal hin. Los. Kommt hier hoch zu mir. Kommt hier hoch. Ja, kommt. Kommt hier am besten hier mit rein. In den Schlafzimmer. Kommt irgendwie mit schlafen. Ach, stimmt. Oder hier. Kommt hoch hier. Wo seid ihr? Los, komm her. Da, komm her. Los. Los. Ja, komm her. Ja, schön. Ach, komm, das muss man nicht. Du musst ihn auch mal reinlassen, ne? Da, komm jetzt hoch hier. Kleine, ey. Ja, komm. Wo ist denn hier? Hm? Ey, Kollege. Ja, komm. Los, hoch. Hier. Komm hier hoch. Los. Komm jetzt hoch. Los. Ach, wo bist du denn jetzt? Komm, hier. Ey. Ja, komm mit. Los, hier. Oh. Kommt schnell. Wird dunkel. Kommt alle beide hoch. Los. Ja, komm. Ja, komm. Och, wie blöd bist du denn? Hä? Jetzt komm mit. Los. Oh. Los. Oh, dann gehe ich hier erst mal schlafen jetzt. Ganz einfach. Äh, jetzt ist das Päschi. Ich bin so müde. Äh. Nach der langen Tour. Ja. So. Jetzt sind alle beide hier. Wo seid ihr denn jetzt hier? Hm? Och, kommt ihr nicht hoch, ne? Da kommt ihr hinten hin, bitte. Alle beide jetzt. Aber ja, komm. Ja, war jetzt hier. Los. Du auch. Hierher. So, jetzt kommt ihr hoch. Los. Nee, wir. Ich kommt. Ihr kommt nach oben erst mal. Los. Los. Hoch. Ey. Och, Gott. Ja, das gibt es doch gar nicht. So, jetzt mal auf. Dann machen wir es mal hier durch. Und durch. Wacht mal. Hopp. Sehr schön. Sitzen. 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 So. Das ist alles, was ich wollte. Oh, das ist mal ein Keks, ne? Lecker. Na, 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 na. Ja. Sitzen. So, sehr schön. Aber drei Stück. Jetzt können die Astro erstmal wachsen. Aber die Kleine ist weg. Wo noch? Ist hier irgendwo. Hä? Nee. Das ist die oben, ne? Das ist die drinnen, ja. Gut. Okay. Jo, dann, äh, mal Tür zu. Was? Ach, so oben, die, ja. Och, das ist natürlich auch hier richtig Leben drinnen, ne? So, Plötter dabei. Hopp. Sehr schön. Ja. Trotzdem freue ich mich, wie viel die Kleine abgeblieben ist. Die kam wahrscheinlich beim Wasser nicht hinterher, ne? Weil, da war die bestimmt zu klein. Da war die bestimmt zu klein. Joa. Euch geht's allen gut, ne? Dir auch? Gut, sehr schön. Ein bisschen Fisch. Packen wir mal hier rein. So, da können wir nämlich nochmal welche machen. So, äh, und der Kompass kann wieder weg. Genau. Und jetzt nicht mehr. Das Bett kann auch weg. Mach's etwa mal nach da. Und den Bogen nach da. Ja, ich weiß. Alles ist gut. Alles ist gut. So, dann hab ich eigentlich das, was ich wollte, ne? Genau. Mit dem anderen würde ich sagen, fangen wir am besten beim nächsten Mal erst an. Ähm, gibt's denn noch irgendwas, was ich hier mal ernten kann oder sonst irgendwie sowas? Ne, ne? Dick's mir, ne? Gut. Hm, hier? Hm? Können wir uns hier mal so mit Baby machen, ne? Irgendwo Samen? Och, hier sind... Was ist denn hier? Da hast du ja gar nichts zu suchen. So. Soll ich mal ganz klar sagen, ne? Ja. So, ja, habt ihr gesehen, was ich bei meinem Kumpel gemacht hab, ne? Hm. So, deswegen kommt hier Ei weg. Ja, ich weiß. So, was? Das holen wir mal mal. Ach komm, das... Knallen wir mal schnell in den Ofen. Das machen wir mal schnell. So, gleich Rinder mit. So, hab hier sonst nichts mehr, ne? Irgendwas Rohes noch hier? Och, ja. Mittelfel, Mittelfel. Äh, nö. Sonst hab ich schon nichts, was ich... In den Ofen schmeißen kann. Ja, aber nichts mehr. Ja, hier ist nur... Da ist auch noch Eier und sowas, ne? Das ist schon... Hier ist auch nichts Rohes mehr, ne? Och, ja. Ja, das muss unter uns sein, auf jeden Fall. So, der ist schön. Gut, das packen wir jetzt hier noch weg. Und beim nächsten Mal fangen wir an mit dem Weiterbauen. Ähm, ja, doch. Würde ich sagen, da haben wir alles. Kätzchen können erstmal wachsen und groß werden. Ja, ich komme aber hoch zu euch, ne? Ja. Und ist das nicht zu mir? Dunkel wird's noch nicht, ne? Ne, das dauert doch noch ein bisschen. So, gut. Okay. Dann verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir haben's geschafft. Äh. Gut. Ich will eigentlich gucken, ob ich was essen kann. Und, ja, wir haben's geschafft. Wir haben Kätzchen. Ein voller Erfolg. Drei Stück. Ja. Dann macht's gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Oh, der Nilko. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.